Good morning in the morning. Mittag, Freitag, 8. Dezember, 23. Ich sitze hier im Kunstlicht, weil es ist dunkel draußen. Wirklich so richtig fieslich, eigentlich eher so Novemberwetter als Dezemberwetter. 3, 4 Grad, es regnet leicht, also eigentlich kein Wetter, um rauszugehen, aber gleich geht's raus, denn heute ist Weihnachtsfeier, jawohl. Oder besser gesagt Weihnachtsessen beim Mongol-Hahn in Kerpen. Mal gucken, wie wir hinkommen, denn die Bahn streikt ja heute, altbekannt, wohlbekannt. Allerdings, die RE1 soll fahren, das heißt, wir werden jetzt mit dem Bus hier bis Linich fahren und dann mit der Ruhrteilbahn nach Düren und dann gucken wir, dass wir die RE1 nach Horem kriegen und dann den Bus Richtung Sindorf-Kerpen. Ja, Kerpen eher. Ich glaube, das gehört eher zu Kerpen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie sowas. Okay. Ich will auch gar nicht lange rumreden. Danach sind wir dann noch bei einem Arbeitskollegen eingeladen. Das heißt, wir kommen erst morgen nach Hause. Ich habe also keine Ahnung, was es für Bilder gibt. Schauen wir mal. Auch morgen nicht, aber wir werden sehen, vielleicht nur so ein bisschen Fahr zurück mit dem Bus und ja, irgendwie sowas. Aber gucken wir mal. Okay. Jetzt geht es los. Ich hoffe, dass ich vielleicht bei Mongol-Hahn ein paar Bilder machen kann, so Buffet oder so. Das wäre mal richtig geil. Aber gucken wir einfach mal. Wir werden sehen. Alles klar. Dann bis zum morgigen Video und lassen wir uns mal überraschen, was da heute an Bildern passiert. Okay. Dann bis zum morgigen Video und dann bis zum morgigen Video und dann bis zum morgigen Video. Dann bis zum morgigen Video und dann bis zum morgigen Video. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.